Was kommt die Losung mit dem Sozialismus als eigenständige Gesellschaft ja interessanterweise in den 60ern in der Nöst. Also dann um die Diskussion, müssen wir uns von dieser Art der Planwirtschaft trennen. Das hieß also, wir müssen jetzt endlich nicht immer gleich denken, ist es gut für den Kommunismus, den nächsten Schritt oder den Schritt, den wir gerade planen. Geht der Hälfte in dieser Richtung weiter? Nö. Irgendwann kann dann wieder überlegt werden, ob wir Kommunismus kommen oder nicht. Aber im Moment ist das nicht die Tagesaufgabe, den Kommunismus vorzubereiten. Das war eindeutig. Wir haben das alle jetzt verstanden als mehr eigenständige DDR-Reform, die sich nicht an den sowjetischen Schritten, die meinetwegen da gerade in dieser Zeit unternommen wurden, das war ja früher dann immer so tatsächlich gewesen, dann überlegt, was machen wir jetzt, wenn die den Schritt so machen und jetzt schon lassen sie doch schreiten. Wir haben jetzt eine eigenständige Sache. Wir brauchen uns nicht daran orientieren, was gerade in der Sowjetunion passiert und überlegen, wie wir das unterstrukturengemäß einarbeiten können. Nein, das war nicht der Fall. Nein, das war nicht der Fall. Nein, das war nicht die Dinge. Nein, das war nicht der Fall. Nein, das war nicht der Fall. În Weihnachten, wenn wir das gleicheテ tourists haben, dann Jaup Mary in BithubUNTRY für Düssel também